Twitch German, Good Germany Twitch, Good Twitch German, Good Twitch Germany Content Supreme Rare 15 Hat ein bisschen gedauert, ich hab's hinbekommen, let's go, rein in die Masse Hey, ich hab mein Bestes gegeben, dass das Video safe ist So, das überspringen wir direkt, super cringe Für Streamer, bitte packt eure Facecam hier oben rechts hin What the fuck, das ist neu Bitte mach einfach so wie immer Facecam da oben hin, ist scheiße Extrem hot Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community Discord, klicken es in der Beschreibung Oder über meinen Twitter Und ja, enjoy Okay Was passiert, wenn ich meinen Mic anzune, passiert irgendwas? Sagt die drei binomischen Formeln Ich weiß es Fest, flüssig und Gas Das sind drei Adrigatszustände, Bro Kritische Zeiten So, wenn Kevin jetzt lacht, dann ist er ein Hund Bro, sie, keine Ahnung, was mir halt bei sowas immer geholfen hat bis jetzt War halt dann immer viel mit Homies sprechen Und Okay, danke für die Hilfe, Bro Was ist das denn? Oh Gott Oh nein Schie, bitte nicht Ah, meine Schwiegermutter Da ist sie, meine Schwiegermutter Da ist meine Schwiegermutter Sieben mal sieben Sieben und vierzig Hä? Sieben plus acht ist doch siebzehn Sieben plus acht ist Sieben plus acht sind fünfzehn Zwölf Wer ist das? Warum ist das ein Zehnjähriger? Warum dürfen Zehnjährige aufs, äh, Twitch streamen? Das ist Let's Hugo Ist Let's Hugo ein Meter sieben groß, oder? Ja Wien, Wiena, äh, heißt übrigens Wien, auf Englisch, ist die Hauptstadt von, äh, Schweiz Alles klar, alles klar Ich erschreib mich nicht Ja Stark Oh mein Gott Er hat sein eigenes Gameplay reingeschnitten Er hat sein eigenes Gameplay reingeschnitten Warum das denn? Nein, ich bin doch kein Hes Was? Ey, Bro, ich finde echt viel gut Ich soll immer mit Autotune spielen Aber so Irgendwann gettet man dann halt Kängurus Sind einfach Sind einfach Tiere All right Wenn es ist Baujahr 2005 Diesel Euro 4 Blowjob? Was? Der Mond Der wievielte Planet ist der Mond in unserem Sonnensystem? Ich würde sagen der dritte Der Mond Ist kein Planet, oder? Ist zwar Ist, ähm Kein Planet Ja Und der Mond ist Ein Mond Stern Was ist? Ist der Mond nicht ein Stern, ja, ne? Das Clash Quest Das allerneueste Game von Supercell Ist das Ist das Ist das ein RPG, oder was? Äh, ne Wo, wo, was ist ein RPG? Keine Ahnung Role RPG Roleplay Game Wofür steht RPG? Roleplay Game Basis RPG ist Raketenwerfer Rocket Grenade Bouncer Rocket propelled grenade Ja? Hä? Hä? RPG RPG Ist es voll falsch Wie heißt denn das Rollenspiel Wie heißt denn Rollenspiel? Roleplay Game Achso, okay Ah, dankeschön Dass wir schon die 13 Subs heute geschafft haben Huch Da ist mir was runtergefallen Ich heb das mal kurz auf Das ist gar nichts Das ist gar nichts, Bro Dein Ess ist nicht juicy enough Pass auf, guck mal Wenn du das machst, ja Nimmst du dir so einen Lippenstift Und machst so Vielen Dank, Chad Danke Oh 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 Jetzt ist es mir hingefallen Und dann Gehst du so weit zurück Dass man deinen Arzt sieht Und dann machst du so Dankeschön Danke Danke schön Danke Annius Game Pass auf Hey Porsche Nananananananana Boah, Junge Nimm dem das weg I wanna try Das war echt geil Außer halt Bullsteuer und Corona War scheiße Bullsteuer und Corona War schon ein bisschen blöd Was für Steuer Bullsteuer Antonia, komm schon Unter den 70.000 Kunden Die die Station Im Monat ansteuern Alter Neue Penny Mark Richtig geil Äh, wer ist das nochmal Wer ist das, wer ist das Max, 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 Max Wer ist das Wie heißt der, wie heißt der Wer ist der Tim Melzer Tim Melzer Ja Bro Ich dachte gerade an Jumbo Schreiner Oder sowas Nee, das ist der andere Tim Melzer, Junge Tim Til Schweiger Sind auch prominente Gäste Tim Gabel Hä? Tim Gabel Tim Gabel, oder? Aber gefüllt By the way, ne? Okay Ja Ähm, ich suche die Bahn Richtung, ähm Hauptbahnhof Hallo Fehlt die hier noch? Nee Ist ausgefallen Kein Ding, dann fahr ich zu Fuß Scheiße, Alter Ist das eine Ente? Ja Was geht aus? Danke, danke Hä, was ist mit ihm passiert? Was hat der? Was ist mit Hugo? Ihr seht mein Schwanz Okay Ui Oh, die ist zwölf Hä, mein Arsch Hä, wann hat's denn Geschneit? Dazu sage ich nur eins Oh, der war richtig Boah Ich gehe mal kurz auf Toilette Mal kurz checken Wie alt ist De Fabo? Molinski, danke schön Das ist ein Witz, oder? Fabo sieht aus wie ein 40-Jähriger Im Körper von einem 40-Jährigen Abgehöhlt Ah, nicht die da ruhig Genau Also Antonia ist Wer ist Antonia? Achso Achso Dieser von dem DNY Please Emote Ist Er hier? Oh, der klopft Ach man Kevin hat das LSD Ganz alleine gegessen Oh, ey Fox Kommt ne Louis Bex Oh, ich hab heute mit Antonio Darüber gesprochen Das Danny Wirklich Der hat keine tiefere Ebene Der ist einfach nur dumm Oh, ey Oh, ey Oh, ey Oh, ey Guck mal Das ist doch straight up Ne traumatische Krankheit Ach du eine Gescheiße Ne Maus Was ist das? Maus, auch zwei Beine Zwei Beine Maus Hä? Kengu Maus? Ii, Kenguru Oh, god damn Ne Spring Maus Siehst du aus? Geiler Arsch Hey Oh, Mann Du Nutzen Ah, das ist so eklig Jetzt sind die ganzen Läuse da drin Oh, ja Ja Ja, Hugo Ja Schildfrosch Was soll's sonst sein? Schildkröte Oh, meine Rakete Perfekt Oh, da Bruder Ich hab nichts gesagt Beste Geschenke aller Zeiten Hier Ich hab mich selbst erklärt Und das ist sehr, sehr schwer Aber wir werden's trotzdem heute schaffen Stimm's, Chad? Was ist denn sechsstellig? 100 sind 3 1000 sind 4 10 1000 sind Okay, jetzt Resylt Erledige die Wissen des Termine Ficke deine Mutter Steige in den Bulli Die Limit deiner Bulli Cardi Body Billa Bannanam Pullen Ficke deine Nenung Hunde Originale Gannin Nicolo Gassime Und In 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 All right Boah, Digga 200 auf der Map Kritisch Aber ich kann's Okay, zeig Ah Chad, keine Piloten-Jokes Wie oft denn noch? Bist du dumm? Man isst ne Banane seitwärts mit Schale Das macht Basti Weil der Off-Stream ist als kann ich mir bin Wie peinlich Wie peinlich Wie peinlich Wie peinlich Wie peinlich Wie peinlich Bei keinen das terme will hinaus Ich bin damals Ich bin Ich bin Bezüchel Ich bin das Ich bin Ich bin Ich bin Yo Chris Danke für den frischen P-P-P-P-Prime-Sup. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon gesagt habt, wir sind heute verabredet um 19 Uhr mit Henke. Das heißt, wir haben noch ein Jahr. Der Superheld, Batman. Ja, wie, was ist damit? Wie heißt der direkt übersetzt auf Deutsch? Übersetzt Batman. Fledermann. Fledermausmann. Schlechter Mann. Schlechter Mann. Oh, Junge. Ha, das dauert zu lange, Dinger. Ohne Witz, ich habe so abgekeckt, als ich das gesehen habe, Chat. Du brauchst zu lange, weil dein Gesicht zu hässlich ist. Ey, ich habe so abgekeckt. Oh. Digga, wer vor euch kennt noch Schnappi? Oh mein Gott, ich ralle erst jetzt, wo der Name Schnappi herkommt vom Krokodil. Weil es immer schnappt, schnappt, schnappt. Weil er es zu schnappt. Oh mein Gott. Hey, die Zahlen? Ja, was waren das denn für Zahlen an der Wand? Hä, ich check's nicht, was ist das? Heilige Drei Könige? Die Wichser malen an deine Wand? War das meine Haustür von zu Hause? Hä, ich check's nicht, was ist das? Ja! Oh mein Gott, ja! Oh mein Gott. Hä, die Zahlen? Ja, was waren das denn für Zahlen an der Wand? Die Wichser malen wirklich immer an die Wand von meinen Eltern. Warum eigentlich? True. True. Oh mein Gott. Oh bei Gott. Warum machen sie das? Warum? Das ist einfach so. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass Montana Black ins Gefängnis geht. Ja, oder angezeigt wird, wenn er einen Zug besprüht. Und diese Knechte mit dieser Schulkreide einfach an die Elternhauswand meiner Eltern schmieren dürfen. Was ist das? Was ist das? Das gibt eine massive Anzeige. Das gibt eine massive Anzeige gibt es. Hä, ich check's nicht, was ist das? Heilige Drei Könige? Die Wichser malen an deine Wand? Die Heiligen Drei Könige aber, oder? Nicht die, äh, Königssänger. Wie heißen die? Äh, wartet, wartet, wartet. Mindelsänger? Nein! Königssänger, Heilige Drei Königssänger, Stern, Sternbuben, Sternbuben heißen die? Sternsinger, Sternsinger, von Mike Singer, der Bruder, Sternsinger. Smart von mir mal wieder. Okay, Chad, watch Multikill. Aber ein halbes Herz. Okay, stark. Oh, baby. Oh, yeah. In welcher Stadt wurde denn das Coronavirus als erstes? Berlin. Wuhan. Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich muss heute Morgen schon wieder um 10 Uhr aufstehen. Oh, nein. Ich krieg schon Gänsehaut. Ja, ja, zehn. Ich habe nicht essen gegangen in den Café. Ich bin auf Madeira, hat ja alles offen. Ja. Und dann kam das Schlimmste am Tag, Chad. Ich habe einen Anruf bekommen. Oh, nein. Baby, kommt morgen nach Madeira. Ja, Antonia. Danke für das Essen heute Mittag. Also, wir waren auf einer Rooftop-Bar. Ich hatte einen Kaffee. Wir haben uns in Wasser geteilt. Wir haben ein paar Nachos gegessen. Und ich dachte eigentlich, es... Es vibed. Ich bin der Hugo und gehe in die Tore rein. Ich bin ein dummer Kek. Oh mein Gott, warte mal. Da gibt es so ein... Kennt ihr noch diese... Was ist eine Energy Drink-Werbung? Oder was? Kaffee-Werbung? Kaffee-Werbung. Die hier. Da gibt es zwei Farbe-Retalk. Einfach, wenn du aus deinem Balkon schaust, gibt es zwei Farbe... Ein Spiegel. Junge, Danny weiß, was kommt und er erschreckt sich. Ich wusste nicht davor, denn ihr sollt mein Face erst mal ein bisschen später sehen. Meinetwegen zu 1520k. Weil, wenn ich es jetzt schon zeigen würde, dann müsste ich zu 1520k meinen Schwanz zeigen, den ich eigentlich bei 50k geplant hatte. Schade, Basti. Schade, 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 schade. Schade, 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 schade.